Herzlich Willkommen im Wahlwerbespot, der Partei, die Partei, zur Wahl am 18. September in Berlin. Die SPD hat ein Problem. Sie kann keine Wahlen. Die CDU hat ein Problem. Ihr gehen langsam die Arschlöcher aus. FDP, ist das Ihr Ernst? Und die Grünen? Das ist die FDP des kleinen Mannes. Äh, Entschuldigung. Das ist doppelten kleinen Mannes. Und seiner Frau? Die Linke. Die Linke? Ich brauche bitte ein neues Bier. Vielen Dank. Piraten, Freie Wähler, PSG, BG, Freiheit, Bergpartei. Vanille, Schokolade, Rhabarber, Zitrone, Erdbeer, Ingwer, Zimt. Das ist ja wie in der Eisdiele hier. Demokratie kann nicht funktionieren, wenn alle das Falsche wählen. Ihre Probleme für unsere Lösung. Für eine Zukunft mit Zukunft. Berlin braucht keine hohlen Phrasen. Kriminelle Kinder? Abtreiben. Wir geben der Politik den Sex zurück. Berlin braucht Milfs gegen Merkel. Alleine schlafen fördert die Wohnungsnot. Wir wollen nur ins Internet. Speed Limit? Nicht mit uns. Die Partei für mehr Alkoholkonsum in Bussen und Bahnen. Wählen Sie die Partei, denn sie ist sehr gut. Und schwuler als Wurfereite. Bitte bleiben Sie dran. Das hier ist eine Live-Übertragung direkt im Internet. Jetzt und hier. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt stellen. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Es handelt sich um eine Aufzeichnung. Bitte wählen Sie am 18. September die Partei. Das wird sich auch für Sie auszahlen.